macht unsere nation so was die leute mein namen lautet den ich willkommen zu einem neuen video von mir und heute ist mir black ops 2 denn ich habe endlich die cd wieder gefunden ich weiß nicht ob ihr es kennt aber immer alter alter schwede was war denn los ich eigentlich hätte ich das sterben müssen wenn die spieler gut gewesen wären auf jeden fall habe ich nicht wieder gefunden von ghost und jetzt kann ich endlich wieder nicht groß ich meine entweder endlich wieder black ops 2 zocken und ja die lag in meinem schrank die cd übrigens für die leute sich jetzt fragen weil ich habe sie irgendwie nicht gefunden keine ahnung doch irgendwie war sie an dem ort wo sie nur hätte sein können nur das problem bei mir ist dass ich die cds immer suchen tue irgendwie zum beispiel meine call of duty cd liegt in meiner gta packung meine gta cd liegt in meiner mona war für zwei packung oder sowas ich glaube ich bin nicht der einzige bei dem das so ist da ist einer da ist einer easy die kommen manchmal irgendwann irgendwie an alter ich weiß nicht mal von wo auf jeden fall habe ich mir jetzt paar gedanken gemacht weil ich zock ja call of duty black ops 2 aber nur bei ghost habe ich irgendwie kein bock keine ahnung ist nicht so mein spiel irgendwie ich weiß viele mögen es auch aber mal sehen mal sehen wird auf jeden fall noch kommen aber nicht so oft denke ich was macht er da auf jeden fall habe ich die cd wieder gefunden das heißt also ich kann wieder black ops 2 zocken viele von euch feiern ja auch black ops 2 habe ich so gehört man munkelt man so und ja und zwar will ich gerne ein road to commander in black ops 2 starten weil ihr wisst ja eigentlich von mir ich bin ziemlich guter spieler relativ gut eigentlich wenn ich auch länger zocke ich kann nicht wieder von 0 auf 100 gut sein das geht nicht aber das glück er hat eine gute waffe darf ich die aufheben lassen ja ja ich liebe diese waffe über alles ist das die scorpion ich meine die keine ahnung wie die jetzt heißt dieses visier ist auch so überpowered ich wundere mich wieso so wenige leute benutzt schau dir das mal an alter schau dir ich mal dieses visier an oh shit das kann ah nein das brauche ich nicht einzusetzen nein 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 oh mein gott egal blitzschlag ach scheiße die sind so komisch positioniert irgendwie ich mache einfach mal hier so da wo die spawnen und fliegt ein kill vielen dank war ziemlich einfach hallo sniper was macht er hier eigentlich oh mein team jetzt machen wir wieder gar nichts also würde ich gerne road to commanders starten und da kommt also ich war jetzt diese woche in der feiern und dann werde ich auch noch ein dr bürnisch video machen dazu werde ich immer viel mehr sagen in dem eigentlichen video nur erst mal soll das hier live commentary werden und da ich während dem zocken sowieso nicht so gut sprechen kann was zum teufel machte ich hasse diese teile weg damit auf zu camp unterwegs aber ich sage jetzt seit zwei stunden oder sowas aber ich komme irgendwie nicht so sein dass ich sage ich bin wieder gut ich glaube es wird noch ein paar tage dauern deswegen könnte ich aber mein bein hat gejuckt nein 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 ich hasse das wenn das bein juckt irgendwie während man zockt ich bin doch irgendwie voll rausgekommen ich kann gar nicht mehr vernünftig kommentieren irgendwie wenn man länger nicht mehr kommentiert dann wird man immer schlechter ist also auch so eine übungssache irgendwie okay lass sie fliegen fliegt mein ding fliegt mein ding so Drohne raus ich freue mich schon wenn ich Orbital habe Orbital ist so überpowert in dem Spiel oh Glück gehabt da ist ja noch einer nein oh oh mein oh 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 ich dachte jetzt so Multikill oder sowas egal 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 ah da ist einer da ist einer da ist einer was macht der da oh nein ey ernsthaft was kommt davon wenn man kein Aiming hat alter genauso wie ich die müssen hier spawnen eigentlich hallo das ist auch mein jetzt schätze mal mein zehntes Spiel oder sowas oh da ist einer da ist einer vielen dank für den kill vielen dank für den freien kill und ah da ist einer oh der Camper was wie ich mein score ach 24 8 ah 30 kills werden wahrscheinlich heavy sogar ach so ah man kann ja nicht durch Fenster rausgehen sorry das funktioniert nicht so wie bei mir zu Hause vergesse ich immer und immer wieder dass ich nicht zu Hause bin ernsthaft dieser immer weiter kämpfen wir liegen vor auf jeden Fall wer los auf Road to Commander hat der kann es mir durch sagen so äh da werde ich auf jeden Fall Road to Commander machen ähm shit also das wird wahrscheinlich täglich sein aber wenn es nicht täglich ist dann denkt euch nicht dass ich irgendwie aufgehört habe mit dem Road to Commander sondern äh denkt euch einfach er hat in dem Tag was wichtiges zu tun keine Ahnung musst du irgendwie lernen oder hat halt wichtige Sachen zu tun was eigentlich ähm stopp, stopp, stopp ach gut ich fühl mich schon wenn ich viele viele Waffen freigestellt habe und auf die Skorpion ich liebe die Skorpion ne toter Mensch mhm also wenn ich das einen Tag mal nicht mache dann hab ich nicht gleich damit aufgehört sondern hat halt wichtiges zu tun am Tag wow die hab ich noch bekommen ich leg mich hin ich mach weiter ich mach weiter easy ob ob soll ich mal ja tschau oh 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 31 ich hab 10 ich hab noch 10 äh die über 30 Kills geschafft aha 31,10 3,1 AKD nicht so toll muss ich sagen aber ja ich muss mal sagen für die lange Zeit die ich mal wieder Goldbergups 2 gespielt habe das wäre auf jeden Fall ein dreifacher Kill gewesen übrigens echt schade dass der nicht mal gezählt hat ähm ja also Road to Commander wollt ihr es sehen Dr.Burnage wird jetzt demnächst kommen ihr braucht mir aber erstmal keine Sachen einzuschicken irgendwie welche eure Mädchen Probleme äh die könnt ihr dann machen wenn ich das Video endlich oben habe äh werde ich machen wenn ich wieder gute Gameplays erspielt habe ähm vielleicht morgen oder so muss mal gucken ich bedanke mich für's zu ehrlich schauen hat's dir gefallen bewerte das Video mit einem Daumen nach oben abonniere jetzt meinen Kanal um unserer Snickers als Crew beizutreten und dann sage ich nur noch Ciao Ciao und dann ich bin so beschmiert ist es nicht schlimm dann ich will mich mit natürlich nicht immer wieder gut abwischen ähm es ging ja hier um meine Schönheit ich bin so um nie zählt das auch sauf